Tja, guten Tag, wir sind heute in der Körnerstraße. Der Bau der Straße hat begonnen. Nun wollen wir uns das mal anschauen. Von der Fontanestraße kommt, ist die Einbindung zur Körnerstraße schon früher gepflastert worden. Hier steht schon eine Palette mit Betonbausteinen, mit der die Straße in zwei bis drei Wochen gepflastert wird. Ganz schön schwer, so ein Stein. Hier wühlt sich ein Wacker durch das Bett der zukünftigen Straße. Begrenzungssteine und Gullis für die Regenentwässerung sind schon vorbereitet. Hier wühlt der Bagger vor einem interessanten Grundstück. Das Grundstück hat die Hausnummer 7. Die Frau unseres Bürgermeisters hat es erworben, kurz bevor der Straßenbau begann. Hier gibt es Kaffee für die Straßenbauer, eine nette Geste eines Anwohners. Ja dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.